Oh, die Kamera! Oh, die läuft schon. Das schneidest du dann auch wieder raus, ja? Ja, ja, okay, mach ich. Ja, hallo ihr Lieben. Ja. Auf zur letzten Kongressrunde, der letzte offizielle Tag. Heute geht es nochmal so richtig powermäßig weiter. Ja. Was haben wir denn heute? Mini-Trampolin. Ja, Burkhard Rheinberg ist noch dran. Mit Barfußlaufen. Christian Möritz, der uns unsere Energie zurückgeben möchte. Und zum Abschluss dann... Der Florian, ne? Genau, Florian Berlinger, der dann wirklich nochmal so richtig einen Motivationsschub gibt, anzufangen, dran zu bleiben, durchzuhalten. Also es ist eine richtig geballte Ladung heute nochmal für euch. Richtig Power-Energie. Also wir freuen uns auch schon sehr auf diesen Tag wieder. Und es ist ganz, ganz spannend. Und ja, übrigens sind diese ganzen Interviews ja auch, witzigerweise kriegen wir immer noch Fragen rein, wie lange sind die freigeschaltet? Also auch diese Interviews von heute sind bis morgen freigeschaltet. Also 24 Stunden. 24 Stunden. Ab Uhrzeit der Ausstrahlung. Genau. Ja. Ja, also wir sind immer noch ein bisschen berührt. Wir bekommen ja tagtäglich immer noch weiter ganz viele Feedback-Mails. Wir versuchen alle irgendwie zeitnah zu beantworten. Also wer noch keine Antwort hat, wir haben euch nicht vergessen. Das kommt alles nach. Ja. Wir arbeiten das nach und nach ab. Und es berührt uns so, dass wir manchmal auch gar nicht antworten können, sondern dass wir es erst mal, ja, aufnehmen dürfen, verarbeiten dürfen und uns einfach zu befreuen. Ja, es fanden auch einige sehr spannend, dass wir sehr, teilweise sehr kontroverse Themen auch und Referenten auch mit haben integriert. Gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. So ein bisschen Würze. Und da kann nur jeder sich selber das rauspicken, was er so für sich jetzt im Hier und Jetzt passend findet. Deswegen war ja auch der Gedanke, auch verschiedene Persönlichkeiten einfach mal zu integrieren. Und ich denke mal, es ist uns auch ganz gut gelungen. Und ja, wir wünschen euch einfach viel, viel Freude dabei. Und viele arbeiten ja schon aktiv damit bereits schon oder wollen auch sogar das, haben sogar vor, das Paket noch zu kaufen. Und bitte, bitte nicht für uns kaufen, auch wenn wir gerne auf unsere Kosten annähernd kommen möchten. Das wäre ja schon mal schön, ja. Ja, aber nur für euch kaufen, das ist uns auch ganz wichtig. Also hier keine Mitleidsgeschichten oder sowas hier, sondern wirklich tut euch was Gutes und oder lieben Menschen, denen ihr etwas schenken wollt oder so. Vom Herzen gerne, aber nicht jetzt für uns, weil das kommt jetzt einfach auch vom Herzen. Und von der Seite, es ist möglich, das zu kaufen, das Paket auch zum Aktionspaket, auch so zum Aktionspreis. Das haben wir euch ja auch angeboten. Diese Fragen kommen komischerweise immer wieder oder witzigerweise wieder. Vielleicht, weil wir es auch nicht so extrem anpreisen. Aber nutzt es einfach für euch, also nicht für uns. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch eine Überraschung insofern, weil auch immer wieder Fragen gekommen sind und Hinweise, dass man es doch nicht geschafft hat, das ein oder andere Interview anzuschauen. Und ob dann vielleicht doch nochmal das Video des jeweiligen Referentens freigeschalten wird. Und dann haben wir uns halt überlegt, auch in Wertschätzung der Referenten gegenüber, dass wir nicht nur drei, vier oder fünf Interviews freischalten, sondern wir schalten einfach alle Interviews nochmal komplett frei von? Ja, von Sonntag bis Montag um 20 Uhr. Also noch richtig gute Zeit, um das auch wirklich nochmal alles sich reinzuziehen. Und es gibt auch einige, die haben halt einfach wegen Arbeit oder so, haben sie nicht die Zeit gehabt, sich alles anzugucken. Oder dass sich das eine oder andere nicht sich angeguckt haben. Und von der Seite möchten wir einfach nochmal die Möglichkeit geben, dass auch wirklich alles sich nochmal in Ruhe angeguckt werden kann, um dann auch den Mehrwert zu erkennen für einen selbst oder auch für andere. Und ja, da wünschen wir euch einfach viel Freude. Das möchten wir euch einfach nochmal jetzt hier mitgeben. Ja, dann viel Spaß dabei. Ja. Danke euch. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.